Unser Ziel ist die Gestaltung der globalisierten Gesellschaft. In einer Welt voller schlechter Nachrichten möchten wir jedem die Möglichkeit geben, sich zu Hause zu fühlen. Nur so können wir es schaffen, Unsicherheiten und Ängste abzubauen. Unsicherheiten und Ängste, die den Nährboden bilden für den grassierenden Populismus in der Welt, der auch in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Wir wollen denjenigen einen Rahmen bieten, die etwas dagegen setzen wollen. Ich bin Volker. Vor etwas über drei Jahren habe ich Poli und Bob gegründet, weil ich diese Gesellschaft gestalten möchte. Die Nachbarschaft ist der Ort, wo wir die globalisierte Gesellschaft gestalten können. Wir haben schon viel erreicht und wollen jetzt den nächsten Schritt tun. Unterstütze unsere Kampagne und hol dir eine oder mehrere von den Theonatomi Postkarten mit einem Gutschein für dich oder zum Verschenken. Als Dankeschön veranstalten wir Poli und Bob Events direkt in deiner Nachbarschaft.